Musik Fuck, wo sind wir? Was in aller Welt ist hier passiert? Leben wir noch? Und warum liege ich gefühlt 10 Meter weg von euch? Okay, das Letzte an das ich mich erinnern kann ist, dass wir beschlossen haben eine Woche Pause mit YouTube zu machen. Was war das denn? Ich weiß es nicht, ich habe doch nur gesagt, dass wir eine Woche Pause von YouTube gemacht haben. Bei dem Wort Pause werden wir geschlagen. Jopp. Wer zur Hölle schlägt uns die ganze Zeit? Dobi, irgendwie wirkt das total undramatisch, wenn du so weit weg sitzt. Schwein still. Boah, wie in so einem Film. Schnauze, ihr wisst warum ihr hier seid? Nein, und wir fühlen uns leicht verarscht. Wer bist du? Ich bin der YouTube-Algorithmus. Eher der Agro-Rhythmus. Ich bestimme, welcher YouTuber Erfolg hat und wer nicht. Ihr habt eine Woche kein Video hochgeladen. Ja, das wissen wir selbst, aber das ist doch nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Ihr habt doch jemand an den Rande von YouTube gekickt. Glaubt ihr, irgendeiner interessiert sich noch für euch? Scheiße, er hat recht. Ihr könnt nichts, aber auch gar nichts dagegen tun. Ihr seid für immer verbannt in die irrelevanz. Aber warum zur Hölle tust du das? Naja, ein Algorithmus macht, was ein Algorithmus muss. Verstehst du? Der Witz ist von den Space Frogs geklaut! Jungs, wir fliehen von hier. Wir scheißen auf den Algorithmus. Ja, Mann! Okay, go! Wir waren. Ihr werdet nie entkommen. Hahaha! Hi, mein Name ist Fabian Grischkatt. Sie kennen mich bereits von erfolglosen Kanälen wie Grischi Studios und Grischi Studios. Ich möchte mich im Namen meines Teams bei Ihnen recht herzlich entschuldigen dafür, dass wir in den letzten Wochen so inaktiv waren. Aber das ist jetzt vorbei, denn wir schlagen zurück mit neuen Songparodien, Sketchen und so einem Zeug halt. Also lasst den Algorithmus nicht gewinnen und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der Zukunft. Warum sitze ich selbst bei der Abmoderation so weit weg?